Das Decken-Institut präsentiert die lustige Welt der Psychologie. Heute Depressionen. Herr Nolte, können Sie mich hören? Ja, hier bin ich. Herr Nolte, Ihre Frau leidet ja unter Depressionen. Ja. Dauert dieser Zustand schon sehr lange? Ja, das macht so. Und sind Sie ein sehr attraktiver und lebenslustiger Mann, Herr Nolte? Das kann man sagen, das bin ich. Und sicher versuchen Sie, Ihre Frau mit Ihrer Fröhlichkeit anzustecken. Herr Nolte, Herr Nolte, und dadurch sind Sie ihr bestimmt eine große Unterstützung, nicht wahr? Ja, das finde ich gemein, also. Herr Nolte, Herr Nolte, was Sie tun, ist völlig falsch. Sie sind psychologisch ein Dilettant. Sie sind unsensibel, egoistisch und dumm. Stroh dumm, Herr Nolte, stroh dumm. Herr Nolte, Herr Nolte, äh, okay. Uff, uff. Uff, uff. Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho. UF, uah, uah, uah. ARD Text im Auftrag von Funk